Jo, herzlich willkommen zurück! Und irgendwie sind diese Pam 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 Einblendungen irgendwie Erinnerungen an Columbia, ne? Wo er den Typen zum Schluss jetzt fertig gemacht hatte. Den Kamstok, also sich selber, irgendwie. Und ja, dieser kleine Brunnen, wo er ihn mit dem Kopf aufbaut. So, gibt es hier was zu looten? Dieser MP11. Ja, lupen wir mal alles, was wir hier so lupen können. Auch wenn es eigentlich nicht wirklich was bringt. Und alles irgendwie leer ist. Man könnte ja aber einen Audio-Lock verpassen, und das ist ja doof, ne? Aber hier ist so ein Kinetoskop, denkst du, ne? Was heißt das so wie der Kinetoskop? Center Codes Black Cream. Ach, nö. Ist auch wieder so eine Zeit für so ein paar, ne? Da läuft's ja mal erst kalten Rücken runter. Da kann das fertig sein und weg damit. Gefällt mir gar nicht. Das ist so snuff, oder? Wenn das kein Snuff ist, dann weiß ich auch nicht. Fertig? Fertig? Gefällt mir gar nicht. Das ist nichts für mich. Das ist ganz und gar nichts für mich. Noch mehr so strangees Zeug, ja, ja? Dann kommst du, dann hau rein. Center Codes The March Hair. Das andere ist mit März. Ah ne, ist klar. Woooo! Musik Hm Völlig strange Völlig Ja, naja nun Hm Eure Schock halt Musik 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 Echte Monsters um Plasmid anzusetzen kannst alle Befehle im optionsmenu anzeigen Ja Geht hier gleich die Post ab, ja Na gut Na gut Sehen Sie da oben Sehen wir uns nochmal um Vielleicht finden wir etwas, womit wir da rüber kommen Tja Gibt's noch nicht wirklich was Könnte erhöht Ein Skyhook Skyhook Sie meinen den Airgrabber Damit rausen Kinder auf den Pneumolines rum Airgrabber Hm Konstanten und Variablen Konstanten und was Schon gut Der ist eingefroren, ne Wo geht's hier rum Geht hier zurück Geht hier zurück Theoretisch, ne Hm Ich kann den hier gar nicht auch noch auf den Dats hauen Okay So, jetzt kann ich da hoch springen, ne Gibt's Zigaretten Und sie drückt sich mit, ja Da drückt sich ach der verdammte greller krent oh blööö tschau hier geht doch gleich die Post ab voll scheinlich ja jetzt ruckzuck die Muni hier weg ja aktuell so zu Anfang was denn die drei Gebäude des Warenhauses waren mit einer Tram verbunden die müssen wir benutzen falls sie noch funktioniert etwas mehr Optimismus Mr. DeWitt das hilft in solchen Situationen was da unten was gibt außer sterben meine ich hm tschau dann ja komm steig ein hellen Bogen aus der Pflanzer ein richtiger Gangster seit wann sind sie schon in Rapture oh tja ich glaub seit 1951 oder war das 48 das ist ziemlich vage seit mein früheres Leben das ist so weit weg seit 49 49 ja 49 ganz sicher ja flugt jetzt seine Nase wieder ja verdammt sie sehen übel aus Mr. DeWitt sie sehen übel aus Mr. DeWitt sie lieber ausschauen nach Splice die können uns weit schlimmer zurechten ihr Vögelchen schön aufessen das das wird euch gut tun ihr keine Samenkörner was seid ihr denn nur für für Vögel denkt ihr etwa ich will euch vergiften ich werde ja sowieso mit denen wir haben Gesellschaft was war das ich kriege es habt ihr ein gutes Angebot gemacht hm hm finde ein weg das wasser zu reprieren oh hab nur leider noch keine lockpicks ne Mr. DeWitt da was denn da was hast du denn eine eislaufbahn suchen wir doch dort mal nach unserem neuen freund da steht sie ist im obergeschoss dann nichts wie rauf wer ist wer ist das das hier wird ja das 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 rechtes hier gibt es nämlich ein bisschen was ne gelb und so die herrischung funktioniert naja erstmal so ein bisschen umgucken was hier so geht und was hier so gibt noch ein geplatztes das warenhaus war für solche tiefen nicht ausgelegt mehr druck bedeutet mehr geplatzte rohre das macht sinn auch gut dann müssen wir nun erst mal dahin müssen wir auch kann kommen das war so jetzt eigentlich nicht geplant aber gut haben wir denn so für kräftiger kann ich verpasst dann müssen wir auch noch ankommen da kommt schon was übersehen so dann abgesperrt lassen sie mich mal hat sich bei schlössern so wenig getan das das kriege ich ja mit einem simplen dietrich auf hat jetzt aber keine lockticks ne ist interessant das habe ich mir vor langer zeit mal drauf geschafft wir wissen aber wann ne der einzige freund hat eine deutliche spur hinterlassen was für eine brieftische moment mal kaffee trinken heute müssen wir wahrscheinlich noch mal eben fertig machen und dann kommt und alle in einem boot sitzen ich will auch mal was feines essen splice sie scheinen uns nicht zu sehen wenn sie leid sind können sie sie vielleicht überholfen das erhöht ihre chance ja was dann kommen wir noch mehr oder wie ist das aus ja wo hast du zu dem großen spiel heute Abend ich habe gehört dass die rhein und spiel das spiel auf 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 nach Da haben wir auch einen Lockpick. So geht das hier also. Und einen Audiolog. Geschissene Geschützen, beide Kniescheiben. Wahrscheinlich bleibe ich für immer ein Krapel von Irren umgeben, eingesperrt in diesem Knast. Geld habe ich auch keins gesehen, aber das ist mir egal. Holen Sie mich bitte nur hier raus. Das ist ein Konditionsmodell. Das geht mir gerade noch tierisch auf den Keks, ne? Ich kann ihn auch mal haben. Mal gucken, ob er... Jetzt geht das nämlich mit Lockpicks. Gucken, ob wir hier was Vernünftiges finden. Erledigt. Oh, zumindest ein bisschen Moni, ne? Ah. Dann haben wir noch diese Tommy Gun. Aber Munitionsmangel bleibt erstmal noch. Na, das soll doch. Tja, nehm ich erstmal Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und das weiß aber nicht, die Geladung zu saufen. Ryans Reden waren immer ein echter Ohrenschmaus. Parasiten hier, die Erhöhung der menschlichen Rasse da. Irgendwann wurde es zwar etwas langweilig, aber der alte Haudegen war einfach ein begnadeter Redner. Ist das ein Grafikfehler da in der Hacke, oder wie? Passt so aus, ne? Kann er mal aufhören besoffen zu sein. Was ist denn das da? Irgendwie kann man da wohin durchgucken. Was, glaube ich, nicht so sein sollte, ne? Oh, da gab's ein bisschen Muni für den Revolver. Oh, jetzt hab ich mit der Tommy Gun tatsächlich mehr Muni als hier mit der Pistole. Aber die ist wahrscheinlich schnell weg. Ich regle das mal so. Gibt's hier einen auf dem Tab, sondern ist gut. Und wir habt ihr zwei. Wir sind viel zu gut für diesen Laden hier. Meinst du das mal, ja? Okay, dafür muss ich jetzt Muni zur noch finden. Das ging gar nicht anders. Oh, jetzt fängt die wieder an, mir im Weg zu stehen, ne? Da könnte ich ja ein zu viel kriegen. Oh. Ausrüstung ist spezielle Kleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst noch vier Teile auf einmal tragen und so weiter und so bla. Plast Mietfallen sind wirkungsvoller und kosten weniger EVE. So, jetzt hab ich's aber gar nicht angelegt, ne? Neu hin, das. Äh. Ah, hier, ausrüstung. Na gut. Warum hast du hier noch einen auf Produkt und so blau? Wenn hier keiner mehr isst, oder? Ich kann den Typen so richtig schön voll auflaufen lassen, die Chips essen. Das hat sich hier auch mal in der Ecke einen reinsaufen lassen. Bis er nun endgültig geschlafen hat. Immer offenbar. So, dann muss ich wieder hoch. Oh, das ist ja kein Ding. Können wir ja machen. Okay, höre ich doch da wehen, oder? Was ist das? Ja. Ja, komm her, ich haue da voll ein. Oh, die zwölf hier. Oh, ja. Ah, Drecksecker. Drecksecker. Ja. Vielen Dank. Oh, das ist alles ein bisschen knapp wie das Spielgenau hat. Oh, das ist alles ein bisschen knapp wie das Spielgenau hat. Okay, hier gibt's einen Lockpick. Kaffee. Ein kleiner Raum mit nichts. Pistole ist und ganz leer. Ah, jetzt sieht man eine an, hier gibt's doch was. das töten eines feindes durch ein plasmid verschafft etwas so, dann legen wir das an dann haben wir was Pistole leer. Wir suchen Rapture on Ice. Okay. Machen wir. Keine Ahnung, wann er zuletzt gespeichert hat. Ist schon wieder jemand eingefroren hier. Achso. Das meinste. So, hier gibt's erstmal Lockpick. Um was zu beißen. Ich weiß nicht, wie sie dann hinterherkommt immer hier bei diesen Aktionen hier. Achso. Oh. Ja, macht gut. Ich kümel mich dann mit dem Rest. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Waffenschaden erhöht sich, wenn der Spieler über Kimme und Korn zählt und nach aufeinanderfolgenden Kills bis zu 5. Ja, die sehen ich jetzt nur mal, weil, äh. Gut. Wie soll das überhaupt gehen? Ja, so, so spiele ich das eh nicht. Insofern ist das völlig irrelevant, so als Ausrüstung bringt mir keinen Vorteil. Ich bin gleich. Ich bin jetzt noch ein paar Mal. grips mit dem Rudel bei uns. Oh. 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 so der teil hat keine munition da kann man sich jetzt erstmal umgucken ganz in ruhe fertig hier ganz lässig wenn wir die hüte mal auf hier mal sehen wir schon nach bald überlänge auf hier ah nicht schon wieder so ein ding hier gleichweite von nahkampf angriffen dreifach erhöht und schaden verdoppelt allerdings wird dabei 20 prozent eines schildes verbraucht das ist nämlich nur mit das lege ich aber nicht an über mein erstes stück schrieb der herr ist im schubert theater gestrandet und mit jeder aufführung stinkt er erbärmlicher laut der tribune klang meine erste opa wie eine vergewaltigung sämtlicher meisterwerke mozarts in einer einzigen jämmerlichen katzenmusik und jetzt stoßen meine kritiker sich an meiner wohltätigkeit aber würden diese schmierfinken auch nur einen finger für die weißen rühren wenn ich es nicht hätte was ist mit diesen leuten die wirken als wären sie verrückt der erste fleiß ist unschlagbar danach geht es steil bergab die frozen frosties die jockeys die ohne zu zögern 1000 volt verpassen haben sie mitleid mit denen das wäre nicht die ersten armen speine die hier heil in der flasche suchen aber sobald man mal gesehen hat wie sie beim anblick von einer little sister und all ihrem adam weiche knie bekommen ist es mit dem mitleid ziemlich schnell vorbei na dann bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt sehbestattung teil 1 machts gut oder besser herzlich willkommen zurück zur sehbestattung ja nächster speicherpunkt wäre mal ganz nett ja dann abschiede ich mich hiermit jetzt erstmal für die letzte folge bis dahin machts gut oder besser bis zum nächsten mal